Carlos ist kurz davor, Katrins Firma zu übernehmen. Doch der Mexikaner macht einen Fehler und verplappert sich. Ist es die Chance für Katrin, Carlos endlich zu stoppen? Er biegt gerade auf die Siegerstraße ab. Carlos, Patrick Fernandes, greift nach der Macht bei WL. Er erpresst die aktuelle Chefin Katrin, Ulrike Frank, und drängt sie zum Verkauf der Firma. Carlos erpresst Katrin und Tobias. Wieso hat Carlos Katrin in der Hand? Der Mexikaner hat eine Baustelle in Brand gesteckt und illegal Schwarzarbeiter eingeschleust. Die Aktion will er allerdings Katrins Mann Tobias, Jan Kittmann, anhängen. Ein gefälschter Chat sowie ein Video belasten Tobias, die Schwarzarbeiter auf die Baustelle geschleust zu haben. Da sich Tobias in einer Privatinsolvenz befindet, droht ihm eine Gefängnisstrafe wegen einer Insolvenzverschleppung. Entweder Katrin verkauft ihre Firma an Carlos, Komplizen Rosa, Lehmann, Joanna Schümer, oder Tobias wandert in den Knast. Carlos verplappert sich. Katrin und Tobias suchen nach Beweisen, wie sie Carlos noch rechtzeitig erpressen können. Plötzlich verplappert sich der Mexikaner. Er gibt zu, den Brand auf der Baustelle verursacht zu haben. Reicht dieser Hinweis aus, um einen Beweis gegen Carlos zu finden? Katrin arbeitet mit Hochdruck daran, ihre Firma behalten zu können. Ob ihr das gelingen wird, erfahrt ihr auf RTL+. Die neue Folge ist bereits abrufbar. Untertitelung des ZDF, 2020